So, machen wir mal wieder die Hebel auf. Erst eins. Okay, Hebel sind im Arsch. Läuft immer. Jetzt alle? Ja, die laufen alle. Okay. Ihr sollt er eigentlich darstellen, also die eine ist die Redstone-Tante, sie ist der Krieger, der andere der Explosive. Keine Ahnung, was sie ist. Was sehen wir jetzt? Müssen wir ja einen Weg finden. So ein bisschen. Aber. Klappe bleibt, glaube ich, erst mal verschlossen. Oh Gott. Lauf toren. Lauf toren. Ok, und das stimmt auch mit dem Immer hoch Das so eine gute ist Oh, danke schön, Max Für die 10 Bits, danke schön Das Spiel ist auch lustig, schwierig zu sagen, Jessi, jetzt hier Sehr geflüchtet Oh, der nervt Ich mach das, wofür ich bezahlt werde, du dumpf Backe Ich kann mich da nicht draufstellen, ist das in sich Ok Betreten, drauf springen Bam Wird schon schief, geht echt jetzt? Ja Hm 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 Ich bin besser, ich bin besser, ich bin besser! Ja, Bitch! Ihr wisst doch gar nicht, wo... Ihr geht. Das ist nicht euer Ernst. Okay, es ist euer Ernst. Ähm... Einfach fallen lassen. Einfach fallen lassen. Dann haben wir keine Probleme mehr. Verliere ich ja von ihr. Ja, der macht so mal einen Klatsch. Oder? Macht's dann irgendwann Klatsch? Das wird doch ganz witzig. Ja, ich bin ja... Ja, ich bin ja... was so very strange wow it looks like some kind of city that's incredible that's it that's where it must be the other source city and the clouds it almost sounds impossible I just don't know how we're gonna reach it yeah that's definitely gonna be a problem I don't suppose anyone packed one of those flying machines that's for Olivia's bag yeah it was worth a shot guess we can settle for a bridge I don't know seems like a long way do we have enough blocks I mean it's really really far don't be such a worrywart Lucas I got this I think this island is more than large enough for our needs yeah if we dig up this entire island we should have enough to get us over there okay ob das so eine gute idee ist bezweifle ich stark aber warum machen die gleich so eine breite okay this is our stop everybody off okay okay this is in memory of my lava house long live lava your building I you I don't hey there love what you did with your town yeah it's very flashy Äh? Okay, irgendwas ist hier verdammt seltsam, hab ich das Gefühl. Okay, man darf hier nicht bauen. Das Bauen ist hier verboten. Okay. Das ist nur Bauen mit Genehmigung. Krass. Es ist echt wunderschön. Ja. Nur schlimmer, Max. Nur schlimmer. Ja. Ja. Ich bin einfach so excited. Und so verrückt wie Aiden's been lately, wenn er das Ding kriegt, wäre es schlecht. Ja, wenn wir ihn zuhren, er wird nicht sein, er kann seinen Hügelchen kleines Hügelchen auf den Ding. Wir brauchen einen Aiden. Er hat unsere Flint und Steele und er ist noch nicht gut. Aber wir werden ihn verhören. Er hat einen In-In-In-In-In-In-In-I-A-Roll? Das ausschließlich unsere beste lead für einen Aiden finden. Okay, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Das ist natürlich wahr. Landwerksgebäude. Nein, hier. Ich rede mal kurz mit der Wache. Hang on, let me see here. Dale, 10 stone blocks. Oh yes, that went very well. Melissa, 3 cooked porkchups. She rescheduled. Classic Mel. Okay. Okay. Steht ein Schiff? Wer steht da was drin, das anders? Ich baue kein Fertigen, kein Brauen, kein Schmieden, im Außenland nur mit... Hm. Mal gucken, ob ich da einfach so rein kann. Hm. Okay, ich frage mich, warum die Gründerin alles absperrt. Die Gründerin baut alles, was du hier bist. Okay. Gründerin baut alles? Okay. Äh? Uh oh. Ähm, okay. Was sich bis jetzt herausgefunden ist, dass sie, wo sie ein verdammter Kontrollfliege ist. Nee, Anlegen sollten wir uns wirklich nicht mit denen. Das könnte schief... Ich bin seltsam hier. Mal mit der Wache. Reden. Okay. Dann reden wir halt mit Milo. Mhm. 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 Äh ... Äh... Äh. Äh äh äh. Äh äh äh! Okay. Ich bin sorry, aber es ist wie, dass ich die anderen Outsiders gesagt habe. Ich kann dir nicht helfen. Jetzt, bitte. Hey, ist das unser Typ? Er hat dir gesagt, wo ich die Blazerröcke findest? Wie viele von euch sind da? Ich habe dir gesagt, dass ich nichts weiß. Er hat dir noch nichts gesagt? Er hat dir noch nichts gesagt? Er hat sie irgendwo geholfen? Du hast sicher gesagt, dass ich nichts weiß. Don't lie to me, Milo. Das ist, wie schade Dinge passieren. Okay. Das ist nicht so praktisch.